Mit dem Menü Luftqualität in Ihrem Multimediasystem Open R-Link profitieren Sie von frischer und sauberer Luft während der Fahrt. Tippen Sie im Bereich Fahrzeug auf Luftqualität. Es stehen Ihnen zwei Funktionen zur Verfügung. Luftreiniger und automatische Luftumwälzung. Der Luftreiniger hilft schädliche Abgase und feine Partikel wie Staub, Schmutz oder Pollen im Fahrgastraum zu reduzieren. Sie können einen Luftreinigungszyklus starten, indem Sie direkt auf Luftreiniger tippen. Je nach Konfiguration Ihres Multimedia-Bildschirms können Sie diesen Vorgang auch über die Schaltfläche Luftreiniger des Widgets Luftqualität starten, das Ihnen im Bereich Navigation oder auf Ihrer Startseite zur Verfügung steht. Während des Luftreinigungszyklus ist die Schaltfläche Luftreiniger hervorgehoben. Beachten Sie, dass für eine optimale Wirksamkeit Ihre Fenster geschlossen und die Klimaanlage im Automodus eingeschaltet sein sollte. Der Zyklus dauert etwa fünf Minuten. Die automatische Luftumwälzung hält mit Hilfe von Filtern und einem intelligenten Sensor eine optimale Luftqualität aufrecht. Wenn Schadstoffe von außen erkannt werden, isoliert das System automatisch den Innenraum. Sie können die automatische Luftumwälzung ein- oder ausschalten, indem Sie auf Automatische Luftumwälzung tippen. Beachten Sie schließlich, dass Sie durch Antippen dieses Symbols auf Informationen zu den Funktionen Luftreiniger und automatische Luftumwälzung zugreifen können. Drücken Sie hier, um zum Menü Luftqualität zurückzukehren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017